Das ist ein Lied, da müsstet ihr auf jeden Fall meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen üben, weil die Wechsel auch relativ schnell sind. Ihr seht das hier, ist ein Dreiviertakt und dann habt ihr auf der 3 und auf der 1 wieder den Wechsel. Wenn ihr, gebe ich euch noch einen kleinen Tipp für dieses Lied, spezielle Art, müsst ihr mal dann denken, wenn ihr das G auf diese Art und Weise greift, wie ich das mache, mittel, ring und kleiner Finger, dann habt ihr eigentlich so gut wie immer die Möglichkeit, bei einem C-Dur nur zwei Finger zu bewegen, und zwar die. Ihr lasst hier den G im Bass, der passt nämlich auch zu C-Dur. Und habt hier die beiden Finger eben wie beim C gegriffen. Das kann man auch gut üben. Das wäre eine schöne Übung. Den Rhythmus selbst könnt ihr hier nicht spielen, weil ihr seid hier im Dreiviertakt. Hier habt ihr dann zwei auf G und einen auf C. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Am Ende habt ihr D7 als Wechselakkord. Ist aber eigentlich auch nicht das Problem. 1, 2, 3. Christus, der Herr, ist heute gehoben, den Gott zum Heiland euch hat erkommen, fürchte ich um euch nicht. Ich würde es an euch stellen, erst mal vielleicht dann auf diese Art und Weise üben, um dann nachher vielleicht das ganze Lied zu machen. Jetzt haben wir hier, ich dachte gerade, ich kann es euch auch groß machen, aber dann fehlen euch die, macht es mal anders. Ihr könnt es ja einmal durchspielen und dann scrolle ich, dann könnt ihr euch entsprechend später bei der Aufnahme den Bildschirmschuss machen. Ich mache das nämlich jetzt größer dann. Dann könnt ihr das auch vernünftig noch lesen. Okay. Also ich bin im Kapo dritten Bund, falls ihr mitspielt. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, kommet das liebliche Kinder zu schauen. Christus, der Herr, ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkommen, fürchte euch nicht. Lassen wir uns nicht. Lassen wir uns immer, die ihn beten und strahlen. Lassen wir uns verheißen, der himmlische Schall. Was wir dort finden lassen. Was wir dort finden lassen, lassen wir uns weisen. Lassen wir uns weisen. Von dem weisen möchte ich nicht. Weil ich die Engel verkündigt, von dem weisen möchte ich nicht. Ich bin im Kapo dritten. 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 Nein, ich bin im Kapo dritten. Ein Lassen ich Finance auf. Die GRA ссылoca枚 im Besatz Manager.